Am Sonntag war es wieder soweit und die erste Runde des DFB-Pokals 2023-2024 wurde ausgelost. Viele alte Gesichter treffen aufeinander. Rot-Weiß Essen gegen den HSV, 1. FC Saarbrücken gegen den KSC und Lokomotive Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Neben uns bekannte Traditionsvereine sind jedes Jahr unterklassige und unbekannte Amateurfußballmannschaften dabei, die wir erst durch den DFB-Pokal so wirklich wahrnehmen. In diesem Video zeige ich euch 8 unbekannte Amateurfußballvereine, die ihr erst durch die erste Runde des DFB-Pokals kennengelernt habt. Bevor wir mit dem ersten Verein beginnen, möchte ich euch bitten am Nairo Football Award 2022-2023 teilzunehmen. In der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar ist ein Link. Dort könnt ihr demokratisch entscheiden, wer für euch der beste Torhüter der Saison, der beste Verteidiger der Saison oder die beste Mannschaft der Saison und so weiter. Es würde mich extrem freuen, wenn ihr jetzt kurz oder halt nach dem Video die Zeit dafür nehmt, um dort mitzumachen. Danke. Nummer 8. FC Gütersloh Der FC Gütersloh 2000 ist ein aus Nordrhein-Westfalen stammender Fußballverein und ist dieses Jahr in die Regionalliga West aufgestiegen. Gegründet wurde der Verein am 23. Februar 2000 als Nachfolger des ehemaligen Zweitligisten FC Gütersloh. Dieser entstand 1978 durch die Fusion zwischen den zwei größten Klubs der Stadt, die SV Armenia Gütersloh und dem DJK Gütersloh. Während die Armenia größtenteils drittklassig unterwegs gewesen war und nur eine Teilnahme am DFB-Pokal vorweisen kann, spielt DJK Gütersloh mehrere Jahre in der zweiten Fußball-Bundesliga und gehört in der ewigen Tabelle des DFB-Pokals zu den Top 120 Teilnehmer aller Zeiten. Auch der FC Gütersloh nahm mehrmals am DFB-Pokal teil und besiegte 1989 die Härte in der ersten Pokalrunde. In die zweite Liga kehrte der Verein 1996 wieder zurück und wurde 1997-98 Tabellenfünfter. Nachdem der Verein im Februar 2000 aufgelöst und im selben Jahr neu gegründet wurde, spielte der FC Gütersloh größtenteils in der Oberliga der fünfthöchsten Stufe des deutschen Ligasystems und konnte sich nie mehr für den DFB-Pokal qualifizieren. Es dauerte bis zur Saison 2022-23, in denen der FC Gütersloh gegen die Spielvereinigung Erken schweig den westfälischen Landesverbandspokal gewann und sich nach 23 Jahren wieder für den DFB-Pokal begeistern konnte. Im Pokal in der ersten Runde wird der Verein auf die Störche und Bayern-Bezwinger Holstein Kiel stoßen. Meine Prognose zum Spiel 1-0 Überraschungssieg für Gütersloh. Nummer 7 Teski-Balingen Die Turn- und Sportgemeinschaft Balingen von 1848 ist ein Sportverein aus der baden-württembergischen Stadt Balingen. Die bekannteste und größte Abteilung des Vereins ist die des Handballs. Der HBW Balingen-Wallstetten spielte insgesamt zwölf Spielzeiten in der ersten Handball-Bundesliga, ehe dieser 2021-2022 in die zweite Liga abgestiegen ist. Neben der erfolgreichen Handball-Abteilung verfügt die TSG seit 1907 über eine eigene Fußball-Abteilung, die sich im September 2020 vom Sportclub abgespalten hat. Die TSG-Balingen-Fußball, nicht zu verwechseln mit dem Balinger SC, dieser mit H geschrieben wird, spielte 1992-93 noch in der Kreisliga und heute ist diese ein etablierter Teil der Regionalliga Südwest. In den Spielzeiten 2019, 2020, 2021 kam Balingen zweimal in Folge ins Finale des württembergischen Landesverbandspokals. Beide Male traf man auf den SSV Ulm Fußball und verlor beide Finals mit 0 zu 3. Nach einer Finalpause erreichte die Turn- und Sportgemeinschaft Balingen in der Saison 2022-23 erneut das Finale und traf dort auf die Stuttgarter Kickers. Das Spiel war sehr eng und endete in einem Elfmeterschießen, das die TSG mit 5 zu 6 für sich entschied. Mit diesem Erfolg wurde Balingen nicht nur erstmals württembergischer Landesverbandspokalsieger, sondern nahm auch zum ersten Mal an der ersten Runde des DFB-Pokals teil. Dort erwartet der Klub den VfB Stuttgart, was man gerne als kleines Lokalderby bezeichnen darf. Mein Tipp, knappes 0 zu 2 für den VfB Stuttgart. Nummer 6, FC Oberneuland. Der FC Oberneuland ist ein Fußballverein aus dem gleichnamigen Bremer Stadtteil im Osten der Hansestadt. Der 1948 gegründete Verein gehört neben den SV Werder Bremen, Bremer SV und OSC Bremerhaven zu den größten Fußballmannschaften des kleinen Stadtstaates. Der Verein spielte insgesamt 6 Spielzeiten in der Regionalliga Nord, die 4thöchste im deutschen Ligensystems und konnte 5 Mal die Bremer Liga, sowie 9 Mal den Bremer Landesverbandspokal gewinnen. Insgesamt qualifizierte sich der FC Oberneuland 10 Mal für den DFB-Pokal, wo man 2008 0-9 es tatsächlich bis in die zweite Runde schaffte, aber dort gegen den späteren deutschen Meister, den VfL Wolfsburg, mit 0 zu 7 verlor. Nicht lange her, in der Saison 2020, 21 nahm der FC Oberneuland an der ersten Runde des DFB-Pokals teil und unterlag Borussia Mönchengladbach deutlich mit 0 zu 8. Allgemein ist der FC Oberneuland bekannter für den DFB-Pokal so richtig reinzuscheißen, zum Beispiel verlor man 2019-20 auch gegen SV Darmstadt 1 zu 6. Drei Jahre später, durch den Gewinn des Bremer Landesverbandspokals in der Saison 2022-2023, qualifizierte sich der FC Oberneuland zum insgesamt 10. Mal in seiner Vereinsgeschichte für den DFB-Pokal und trifft dort auf den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Mein Tipp, 0 zu 4 Sieg für Nürnberg. Bevor wir zu unserer Nummer 5 kommen, habe ich allgemein mal eine Frage. Der FC Oberneuland hat ja im Finale gegen den SG Aumund, wer gesagt, ich hoffe, er ist richtig ausgesprochen, gespielt. Was mir in den letzten Tagen, vor allem als ich für das Video mit den schlechtesten Amateurmannschaften 2022-2023 recherchiert habe, aufgefallen ist, ist, dass das Wappengefühl, also dieses Wappendesign von diesem Verein, diesem Bremer Verein, gefühlt jeder Fünfte im Amateurbereich hat. Gibt es dafür eine Begründung oder ist das eher nur Zufall? Nr. 5 TSV Schott Mainz Der Touren- und Sportverein Schott Mainz ist ein breiter Sportverein aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Gegründet wurde der Verein am 11. Juni 1953 und wird finanziell unterstützt von der Schott AG, einem der weltgrößten Produzenten von technischen Glasartikeln. Neben dem TSV Schott Mainz wird auch der aus Thüringen stammende SV Schott Jena von diesen Unternehmen gesponsort und spielt aktuell in der Oberliga, aber hat in der Vergangenheit auch mal am DFB-Pokal teilgenommen. Während die Frauen Fußballabteilung von Schott Mainz von 2015 bis 2018 in der zweiten Fußball-Bundesliga teilgenommen haben, gelten die Herren in der Regionalliga Südwest als typische Fahrstuhlmannschaft und stiegen seit der Saison 2016-17 insgesamt dreimal auf und zweimal wieder ab. 2021-22 gewann man erstmals den Südwest-Landesverbands-Pokal und musste im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Hannover 96 antreten, was man mit 0 zu 3 verlor. Ein Jahr später verteidigte der TSV durch den Finalsieg über Worms den Südwest-Pokal und qualifizierte sich diese Pokalsaison wieder für die erste Runde des DFB-Pokals. Aber ob man dort Borussia Dortmund besiegen kann, bezweifle ich. Mein Tipp 0 zu 7 für Borussia Dortmund. Nummer 4. FC Rot-Weiß Koblenz Der FC Rot-Weiß Koblenz, ehemals TUS Rot-Weiß Koblenz, ist ein 1900 gegründeter Fußballverein, der aktuell in der 5-klassigen Oberliga Rheinland-Pfalz Saar spielt. Der in den 1950er Jahren von Weltenbummler Rudi Gutendorf trainierte Verein qualifizierte sich 2021-2022 nach dem Gewinn des Rheinländischen Landesverbandspokals für den DFB-Pokal und unterlagen dort Jan Regensburg 0 zu 3. 2022-2023 stieg der FC Rot-Weiß Koblenz aus der Regionalliga Südwest in die Oberliga ab. In derselben Saison gewann der Verein zum dritten Mal der Geschichte den Rheinländischen Landesverbandspokal und wird deshalb 2023-2024 an der ersten Runde des DFB-Pokals teilnehmen. Zugellos bekam man dort den 1. FC Kaiserslautern, was nicht sehr weit von Koblenz entfernt ist. Mein Tipp, knappe 1-2 Niederlage gegen Lautern. Nummer 3 TUS Bersenbrück Der Touren- und Sportverein Bersenbrück ist ein Sportverein aus dem Landkreis Osnabrück. Der Verein spielt aktuell in der Oberliga Niedersachsen und nahm 1991 erstmals am deutschen Fußballpokal teil. In der ersten Pokalrunde stieß der Verein auf den zweitligisten Hannover 96 und verlor gegen diesen 4 zu 0. Nach dem Sieg im Niedersachsenpokal gegen den SC Spelle-Wennhaus mit 0 zu 3 erreicht der Klub wieder die erste Runde des DFB-Pokals. Dort trifft der Verein auf Borussia Mönch Gladbach, was laut meinem Tipp 0 zu 5 für Gladbach ausgehen wird. Nummer 2 TUS Makabi Berlin TUS Makabi Berlin ist ein deutsch-jüdischer Sportverein und Mitglied des Dachverbandes Makabi Deutschland. Dieser Sportverband beherbergt etwa 37 jüdische Sportclubs in Deutschland, unter anderem TUS Makabi Frankfurt, TUS Makabi Düsseldorf, TSV Makabi München und so viele mehr. Der deutsch-jüdische Fußballverein, der Touren- und Sportverein Makabi Berlin ist der größte und bekannteste unter ihnen. Dieser spielt aktuell in der Oberliga Nordost die 5 höchste Spielklasse im deutschen Ligensystem und gewann am 3. Juni 2023 gegen Sparta Lichtenberg den Berliner Landesverbandspokal und nimmt damit als erster deutsch-jüdischer Fußballverein an der ersten Runde des DFB-Pokals teil. Treffen wird der Verein auf den bundesligisten VfL Wolfsburg. Mein Tipp 2 zu 0 für die Wölfe Bevor wir zu unserer Nummer 1 kommen, gibt es ein paar Amateurvereine, die man auch hätte erwähnen können, aber ich behaupten würde, dass die Mehrheit diese schon kennt. Diese wären der SV Atlas Delmenhorst, FV Illertissen, FC Astoria Walldorf und der FC 08 Homburg Saar. Auch nicht mit aufgelistet habe ich Teutonia 05 Ottensen und den SV Oberenachern, da diese schon im Video zum DFB-Pokal 2021-2022 aufgetaucht sind. Nummer 1 Rostocker FC Der Rostocker FC 1895 ist ein deutscher Fußballverein aus der Hansestadt Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Der Klub wurde am 20. Juni 1895 von vier Gymnasiasten gegründet und gilt mit 128 Jahren als ältester noch bestehender Fußballverein des Bundeslandes. Die erfolgreichsten Zeiten des Vereins waren während des Zweiten Weltkrieges. 1942 stieg der Verein unter den Namen Turn- und Sportgemeinschaft Rostock in die Gauliga Mecklenburg auf und gewann diese auf Anhieb. 1943 nahm der Verein erstmals am Schammerpokal teil und verlor gleich in der ersten Runde gegen die Hertha mit 7 zu 1. Danach verschwanden die Rostocker in der Bedeutungslosigkeit und spielten in der DDR höchstens in der Zweiten Liga. Nach der Wiedervereinigung fand sich der Verein in der Verbandsliga wieder, die für lange Zeit die Heimat des Rostocker FCs bleiben sollte. Im Jahr 2020 stieg der Verein erstmals in die Oberliga auf und verpasste in der abgelaufenen Saison 2022-23 nur knapp den Aufstieg in die Regionalliga. Zusätzlich gewann der Klub den MV Landesverbandspokal und nimmt nach 80 Jahren wieder am DFB-Pokal teil. Dieses Mal trifft der Verein nicht auf Hertha, sondern auf den Bundesliga-Aufsteiger Neuling, den 1. FC Heidenheim. Auch wenn ich hoffe, als jemand der aus diesem Bundesland stammt, dass mein anderer Verein außer Hansa-Rostock mal weiter als erste Pokalrunde kommt, tippe ich dennoch realistisch und sage 1 zu 3 für Heidenheim. Welchen von diesen 8 aufgelisteten Mannschaften kattet ihr schon zuvor und welche erst durch den diesjährigen DFB-Pokal? Ich persönlich habe schon von allen Vereinen schon mal was gehört, manche mehr, manche weniger, aber der mir am neuesten war, war tatsächlich der deutsch-jüdische Fußballverein Tusk Makabi Berlin. Aber schreibt mal eure Kandidaten in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche unbekannten DFB-Pokal-Amateure letzte Saison teilgenommen haben oder was die größten internationalen Pokalwunder der letzten Jahre waren, dann klickt auf das entsprechende Video in der Endcard. Vergesst nicht am diesjährigen Neurol Football Award teilzunehmen, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Instagram, ich wünsche euch einen schönen Sommer, das war es mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao!